Willkommen in Großbritannien mit dem Zug von London Victoria nach Gatwick Airport Gatwick Express Die Nebenstrecke führt auch nach Brighton Bahnhöfe acht Stück Gatwick Express London Victoria Gatwick Airport Fahrzeuge auf der Strecke 27 Stück der Klaas 387 Und einer Klaas 73 Die Züge sind rot Gatwick Von Gatwick Untertitelung des ZDF, 2020